Musik Ja, heute sind wir glücklicherweise ein Teil, ein Türchen des Adventskalenders, worüber wir uns sehr freuen. Also auch im Namen von der Stiftung Niederrammstedt Diakonie und allen Klienten ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist für die Bewohner ganz wichtig, dass sie wahrgenommen werden. Also sie sind hier frisch eingezogen, sie sind noch ganz neu und von sowas Großartigem, von einem Verein, der hier spielt und erfolgreich ist, so wahrgenommen zu werden und auch von PIK, also von Menschen drumherum, das ist ein Geschenk. Musik Applaus 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 Applaus